Und weiter geht's mit einer neuen Folge hier in Russian Fishing 4. Wir sind am Wolchow und das bedeutet, wir gehen shoppen. Heute kaufen wir uns Endgame-Feederrouten. Also legen wir los. Wir gehen ab zum Angelgeschäft. Warum hier zum Angelgeschäft am Wolchow? Weil es hier einfach die Normalpreise sind. Die 100% Preise. An manchen Gewässern ist es halt 130% teuer und so weiter. Und deswegen gehen wir hier kaufen zum besten Kurs. Und wir suchen uns Angelrouten raus. Feederrouten suchen wir uns raus. Und dann gehen wir ins Endgame. Warum diese Feederrouten und was ist der Vorteil dieser Feederrouten gegenüber den anderen, der anderen Feederrouten? Die einzige Feederrouten, die vielleicht noch in Betracht kommen würde, wäre die Bunisan. Bunisan hat einfach den Riesenvorteil dieser Plus 2 auf Inline-Montage, Patanosta-Montage und auf Schlaufen-Montage. Und dieses Plus 2 ist sensationell. Also ein Plus auf die Montageart erhöht ja die Chance auf größere Fische und die Chance auf Trophäen. Deswegen macht das natürlich schon Sinn. Nachteil bei den Bunisan ist allerdings, sie haben einfach nur eine Tragfähigkeit von 14,8 Kilo. Und da habe ich mich dann halt entschieden, okay, ich kaufe mir bei den Bunisan keine Feederrouten, sondern bei den Bunisan hole ich mir die Winkelpickerrouten. Die gibt es auch, da sind sie. Die haben auch 14,9 Kilo Tragfähigkeit, sind dann auch hier ausgestattet mit den Plus 2 auf Schlaufen-Montage, Patanosta und Inline-Montage. Und die sind jetzt speziell quasi meine Routen für kleine Fische. Also ich sage mal, bis den Bereich jetzt hier so von 14, sagen wir mal 10 Kilo ungefähr. Und danach kommen dann ja halt die Feederrouten etwas größer, so im Bereich von 20. Die Feederrouten verwende ich dann übrigens auch fürs Köderfischangeln. Gehen wir mal wieder auf die Feederrouten. So. Und da, genau. Und danach kommen halt dann eben die Karpfenrouten für alles, was riesengroß ist, dick und fett ist. Ist ja klar. Bei den Feederrouten nehme ich jetzt nicht die mit der Tragfähigkeit von 33,8 Kilo. Ich hatte ja gerade schon gesagt, ich will die auch verwenden fürs Köderfischangeln. Und damit wir hier Köderfische in einem recht großen Gewicht auch noch rauswerfen können, ohne da irgendwo ans Limit zu kommen, nehme ich hier die extra harte, ja mit dem Wurfgewicht bis 150 Gramm, dass wir da eben auch ordentlich was rausballern können. Das ist wichtig. Da verzichte ich einfach auf ein paar Kilo. Das werde ich höchstwahrscheinlich eh nicht so komplett ausnutzen. Diese 30, 33 Kilo. Denn ich bestücke die mit den HSV-Rollen. Warum jetzt noch genau diese Route? Wir haben hier plus 10% auf die Fähigkeit Grundfischen. Bedeutet, wir haben auf diesem Grundwert vom Grundfischen, ganz oben, nicht jetzt 100% in Verwendung der Routen, sondern 110%. Und das wiederum bedeutet, eine grundsätzlich mal erhöhte Frequenz und auch da vielleicht dann wieder eine erhöhte Chance auf eine Trophäe. Der andere Weg sozusagen oder eine wichtige Komponente, dass man eben auch hierüber mehr Fische, im Idealfall bessere Fische bekommt. Und wenn ich jetzt hier mal schaue, wir gehen mal davon aus, ich nehme jetzt eine Inline-Montage, habe hier die erhöhte Chance auf eine Trophäe, plus hier dann 110% auf dem Grundfischen. Das heißt, eine sehr gute Kombination eben, dass man damit gute und dicke Fälle Fische rausziehen kann. Also gehen wir wieder zurück, ab in den Shop, Routen und Fiederrouten und das Ganze kostet, da ist sie mit 150, genau, drei Stück. Eins, zwei, drei. Und jetzt noch die Rollen dazu, stationär Rollen, Kaliber HSV, warum das Gerät? Weil es reicht komplett. Ich werde die irgendwann pimpen auf 17 Kilo Bremskraft, wenn das erste Mal hier die 15 Kilo oder die ersten normalen, wenn die einmal komplett durchverschleißt sind und ich sie eh reparieren muss, dann werde ich sie komplett reparieren. Ich werde da jetzt nicht von vornherein da wieder Geld ausgeben für nichts, weil die sind ja jetzt brandneu, top aktuell, gut im Schuss. Deswegen werde ich die jetzt halt so verwenden, wie sie sind. Lange verwenden. Und ich sage mal, in der Preislage 2800, auch in der Basisvariante sind die jetzt schon richtig top dafür. Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis dafür, dass man da eine 8000er hat. Und eben der große Unterschied, es sind ja Karpfenrollen. Also das Fassungsvermögen, das sieht man hier, wenn man das vergleicht, das Fassungsvermögen mit einer relativ dicken Schnur ist hier schon immens. Das heißt, da muss ich mir gar nicht großartig Sorgen machen, dass ich da zu wenig Schnur oder so drauf bekomme. Das passt. Hatte ich die jetzt schon gekauft? Nee, die Kohlen liegen da noch rum. Also einmal, zweimal. Ich habe noch eine rumliegen. Das heißt, ich baue das Set jetzt mal eben zusammen. Und wir gucken uns das mal eben an. So, dann schauen wir uns doch noch mal das Set an, wie es jetzt zusammengebaut ist. Also, hier haben wir noch mal die Basics von der Route. Und hier drüben sehen wir dann eben die Komponenten, die ich hier jetzt verbaut habe. Ich habe, wie gesagt, die Kaliber HSV als Rolle drauf. In der Basisvariante mit 15 Kilo. So, dazu verwende ich jetzt schon mal eine Monoschnur mit 300 Meter. 19,1 Kilo. Relativ dick. Es passen trotz allem noch 200 Meter rauf. 200 Meter, damit gehe ich problemlos eigentlich an die meisten Gewässer. Ich glaube auch ziemlich problemlos würde ich mich damit am Bernsteinsee stellen. Wobei es da ein bisschen grenzwertig ist. Könnte man machen mit dem Bernsteinsee. Ist allerdings, ja, vielleicht wie gesagt mit 17 Kilo wäre es dann ein bisschen angenehmer. 15 Kilo ist vielleicht ein bisschen knapp. Aber Bernsteinsee an dem Tümpel zum Beispiel würde das ganz wunderbar funktionieren. Da kann man dann halt so ein bisschen auf den Drill oder länger in den Drill halt reingehen. 19 Kilo Schnur. Monoschnur deswegen, damit ich nicht so viel Verschleiß habe hier auf der Rolle. Es ist eine Karpfenroute. Sie ist ausgelegt für Monoschnur. Und deswegen nutzen wir auch Monoschnur. Diese dicke Schnur passt hier auf die 8000er Rolle immer noch ausreichend drauf. Wunderbar. Ich habe mich diesmal nach langer Zeit mal wieder für die elektronischen Bissanzeiger entschieden. Mal gucken wie nervig die werden mit der Zeit, mit dem Gepiepe. Ansonsten hier einfach nur den Futterkorb. Da gehen wir vielleicht auch nochmal im Detail drauf rein. Das ist der normale Fieder Futterkorb. Der gerade speziell eben auch für schlammigen Untergrund richtig gut ist. Und da dann praktisch unsichtbar wird, wie es hier drin beschrieben wird. Das ist genau das, was wir auch wollen. Futter mische entsprechend, wie es halt dann irgendwann passt. Und hier nehme ich einfach gerade die ganz normalen Standardvorfächer. Fieder Vorfächer in der Standardgröße 17,4. Finde ich gerade ganz passend. Perfekte Kombination sozusagen für dieses Set. Unter der Tragfähigkeit der Schnur. Damit mir halt im schlimmsten Fall, sollte mal irgendwie gefettfingert werden oder sowas, mir dann vielleicht das Vorfach nur abreißt. Und ansonsten passt das natürlich. Gewichtstragfähigkeit. Wir sind hier bei 30 Kilo. Wir haben hier 15, noch was Bremskraft auf der Rolle. Ja, und ich habe gerade nochmal in die Liste geschaut. Und wir liegen bei über 30 Kilo Getriebekraft quasi hier auf der Rolle. Das heißt also, auch wenn wir da mal, ja, wie gesagt, Fettfingern oder sowas, da reißt uns dann mal eben nicht hier das Getriebe kaputt. Wo haben wir es? Gehen wir mal da ins Detail. Da haben wir es genau. Also, Getriebe in der Basisvariante liegt also bei 30 Kilo oder über 30 Kilo sogar. Von daher sind wir da ganz entspannt mit unterwegs. Einzahaken und dann dementsprechend den Köder deiner Wahl. So sieht das Set jetzt aus. Das Schöne ist, wir haben hier eine ganz große Auswahl an verschiedenen Spitzen, die wir auswählen können. Je nachdem, wie fein wir hier unterwegs sind, können wir dementsprechend auch schwerere Spitzen ran machen. Und wenn wir hier jetzt vielleicht mit einem großen 100 Gramm Futterkorb, wenn wir den jetzt hier verwenden oder vielleicht sogar mit Köderfisch unterwegs sind, dann macht man hier einfach eine dickere Spitze drauf, dass man das Ganze auch schön mit Power rausballern kann. Und wenn man dann trotz allem mit diesem Set eher auf kleine Fischis unterwegs ist, vielleicht einfach auf Brasse oder auf Schleie oder so, dann geht man hier vielleicht mit einer etwas feineren Spitze dran. So, lassen wir das mal so ungefähr, wie es ist. Oder machen wir das mal das und lassen hier den 60 Gramm Futterkorb. Und so sieht das Ganze dann hier aus. Eins, zwei, drei. Die neuen Fiederrouten. Warum jetzt diese Fiederrouten? Und solltest du dir diese Fiederrouten kaufen? Ja, wenn du keine anderen Sorgen mehr hast. Genauso wie die Winkelpicker. Das ist jetzt nicht the way to go, wenn du jetzt gerade im Level 18, 19, 20 unterwegs bist und dir denkst, Alden, ich brauche mal eine geile neue Route. Das ist aller, ich habe keine anderen Sorgen mehr. Ich bin Level 41 plus, habe genug Kohle rumliegen oder immer mal wieder schnell wieder zusammen und kann mir einfach mein Set im Feinen auch noch so ein bisschen optimieren. Also, ich gehe jetzt nicht mehr dahin und sage, ich hätte gerne eine gute Allrounder Spinningroute, eine gute Allrounder Grundroute, sondern ich hätte gerne eine Route speziell für und dann wieder eine Route speziell für. Das ist dieses Optimieren im Endgame, wo man wirklich keine anderen Sorgen mehr hat. Ich könnte quasi mit allem, was ich jetzt schon habe, schon lange auch alles beangeln. Es ist problemlos möglich, aber irgendwann will man eben noch das Optimum, das letzte Fitzelchen an Prozentschance vielleicht doch noch rausholen, einen besonderen oder anderen oder seltenen Fisch zu fangen. Und deswegen geht man eben auf so etwas im Endgame. Wie gesagt, als Basisvariante, klar, die HSV als Rolle, sensationell. Gerade jetzt zuletzt wurde sie ja nochmal verbessert. Das heißt, beziehungsweise man kann sie pimpen auf 17 Kilo Tragfähigkeit und man kann sie jetzt schon kaufen mit Level 20. Auch das war vor ein paar Monaten schon noch gar nicht möglich. Da war sie erst ab Level 22. Also jetzt wirklich gute Möglichkeiten, das Ding sich zu holen, sich zu gönnen. Die Feederrouten würde ich im Anfang- und Mittbereich vielleicht sogar überspringen. Und wenn man dann schon beim Grundangeln auf 60% ist, Handhabung der Karpfenrouten, da auch die ersten Punkte rein investieren. Genauso mit den da drüber liegenden Winkelpickerrouten. Absolute Katastrophe, da direkt für den Anfang reinzugehen, weil das ist keine Riesenverbesserung von deinem Starter-Set sozusagen auf die Winkelpicker. Das ist halt wie gesagt nur ein ganz kleiner Schritt in Richtung Verbesserung deines Basissets. Also wie gesagt, der erste Schritt wäre tatsächlich von dem Starter-Set auf, im Idealfall direkt auf Karpfenrouten gehen, auf die HSV gehen und damit dann weiter aufbauen, dickere Brocken rausziehen, damit dann vielleicht zum Bernsteinsee. Da funktioniert es in den letzten Monaten auch immer wieder fantastisch, dass man da in Windeseile richtig gut Silber macht, richtig gut XP macht und natürlich auch den Grundangelskill weiter skillt und nach vorne pusht. Wenn das Ganze geholfen hat, gerne einen Daumen da lassen für den Kanal beziehungsweise für mich, einen Abo da lassen und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Peter Petry.